Hi und willkommen zu Hashtag-Frag. Heute mit der Frage, in Anführungszeichen, Schokolade. Gleiches auch an Evo, der Typ ist auch noch da, habe ich gehört. Und wenn er das PS entsprechend vorlesen möchte, kann er das gerne selbst machen. Nein, werde ich nicht tun. Gut. Ich vermute stark, die Frage sollte heißen, mögt ihr Schokolade oder was haltet ihr von Schokolade? Und nicht einfach nur Schokolade. Ja, das ist auf Spongebob geklaut. Schokolade! Genau die Folge meine ich. Und jetzt, wo ich euch endlich eingeholt habe, möchte ich alle eure Schokolade haben. Vielen Dank. Aber beantworten wir es mal so, als hätte er gestellt, mögen wir Schokolade. Ich mag weiße Schokolade. Rassist. Ja, schwarze Schokolade, die ist mir zu dunkel. Boah, ey, das Video wird so hart gestrikt. Black life matters. Ähm, ich bin Fan von... Ich mein... Ja, halt die Schnauze jetzt. Äh, rassistisches Dreckschwein, du. Umso dunkler die Schokolade wird, umso bitterer schmeckt sie. Ja, ohne Zeitbitter. Schwarze Schokolade ist schlecht. Also, Zeitbitter-Schokolade finde ich mega geil. Iiiiih, die ist dunkel. Hm. Ich sag ja, rassistisches Dreckschwein, mach im Kopf so. Ähm, aber wir sind bestesteste Freunde. Alle macht der weißen Schokolade. Alle macht der weißen Schokolade. Wobei, weiße Schokolade, teilweise ist die gar nicht mal schlecht. Ich muss da gucken. Die zarte, weiche, weiße Schokolade und die harte, schwarze Schokolade. Hm. So, in diesem Sinne. Ein wundervolles, wundervolles, wundervolles Frage-Video diesmal wieder. Ach ja. Wenn's euch gefallen hat, gerne weitere Fragen, die vollständig sind. Und das war's für heute. Adios. So, mit dir was. E6. E8. E8.